doch warum machen wir das nicht mit der aufwärte ganze körper denn das hast du fachnäder was habe ich an ob du fragt drin hast nein gott warum wir biegen nach links ab achtung gegen verkehr wiederhole wir biegen links ab nach der mordstation was auf der gegenverkehr woher der scheppert auch zum tauchen gegenverkehr